Das Ischda-Tor aus Babylon Symbol des Landes Irak und zugleich Wahrzeichen der Museumsinsel Berlin. Warum steht diese schönste Neufassung eines babylonischen Stadttores seit 1930 ausgerechnet in Berlin? Spiegelt das Tor in seiner heutigen Form den aktuellen Wissensstand der Archäologie wieder oder doch eher den Zeitgeist der späten 20er Jahre? Haben Legenden den Nachbau inspiriert? Die leuchtend blau glasierten Ziegel des Tores kommen der tatsächlichen Farbenpracht des antiken Bauwerks erstaunlich nahe. Doch seit seiner Errichtung vor über 2500 Jahren hat die Zeit die Grenzen zwischen Fiktion und gesicherten Erkenntnissen genauso verwischt, wie der Sand die seit Jahrhunderten verborgenen Artefakte bedeckt hat. In der Geschichte des Ischda-Tores verbinden sich archäologische Forschung, europäische Kolonialgeschichte, weltpolitisches Machtstreben und künstlerische Kreativität. Die Ausstellung »Vom Fragment zum Monument im Pergamon-Museum« direkt neben dem Ischda-Tor zeichnet diese Geschichte bis zum 3. Oktober 2021 nach. Die antike Stadt Babylon lag einst begraben unter dem Sand des Irak. Seit dem 16. Jahrhundert gehörte die Region zum Osmanischen Reich. Hier hatten Abgesandte aus England und Frankreich bereits seit den 1840er Jahren erste Ausgrabungen begonnen. Ihre spektakulären Funde versetzten Europa in Staunen und weckten den Ehrgeiz der Nachbarn, auch in Deutschland. Als Wilhelm II. Deutscher Kaiser wurde, versuchte er dringend, seinen politischen Einfluss in der Region auszubauen. Im Jahr 1897 reisten der Orientalist Eduard Sachau und der Architekt Robert Koldewey in das Zweistromland auf der Suche nach einem geeigneten Grabungsort. Koldewey sammelte an verschiedenen antiken Orten Fundstücke, doch schon bald richtete er sein Augenmerk auf Babylon. Bei meinem ersten Aufenthalt in Babylon am 3. und 4. Juni 1897 und bei meinem zweiten Besuche vom 29. bis 31. Dezember 1897 hatte ich viele Bruchstücke emaillierter Ziegelreliefs gesehen, von denen ich einige mit nach Berlin nahm. Die unscheinbaren Ziegelbruchstücke aus Babylon mit ihren kleinsten Farbresten überzeugten die Schirmherren. Am 26. März 1899 war es endlich soweit. Die Deutsche Orientgesellschaft begann unter der Leitung von Koldewey mit den Ausgrabungen. Nach und nach traten die Überreste der wichtigsten Monumentalbauten Babylons ans Licht. Darunter auch die Reste des Ischda-Tores Nebukadnezars des Zweiten aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. In den 43 Jahren seiner Regentschaft ließ Nebukadnezar II. das Ischda-Tor gleich dreimal errichten. Zuerst mit plastischen Reliefs der Tiere, ohne Glasur, dann mit Glasurmalerei auf flachen Ziegeln und zuletzt aus glasierten Reliefziegeln. Jede Mauer stand auf ihrer Vorgängermauer. Jedes Mal wurde die gesamte Straße um mehrere Meter erhöht. Nur das älteste Tor blieb erhalten und steht noch heute vor Ort. Der begabte Architekt und Zeichner Walter André begleitete Koldewey als Assistent. Seine Aquarelle dienten später als Vorlage für die Rekonstruktion des Ischda-Tors. Er schreibt Da war ich nun als Ausgräber in Babylon und setzte Tag und Nacht ein ganzes Jahr lang den damals noch ganz unbekannten, farbigen Löwen von Babylon aus tausenden von Bruchstücken zunächst auf dem Papier zusammen. Der Tisch lag voller kleiner und kleinster Brocken des Löwen und es galt, die Nase feingeduldig ins Kleine und Kleinste, in das Erdige zu stecken. In den Ruinen von Babylon rauschte die Größe nicht, aber jeder Ziegelstein, der noch an Ort und Stelle lag, forderte sein Recht, er wollte gemessen und gezeichnet sein. Und es gab Millionen solcher Ziegelsteine. Reliefs von Drachen, Löwen und Stiermotive schmückten das Ischda-Tor und die Prozessionsstraße. Als Symboltiere der babylonischen Götter zeugten sie von der Macht der Könige von Babylon und bewachten ihre Stadt. Wie aber gelangten die Ziegelbrocken nach Berlin? Eigentlich schloss das Osmanische Antikengesetz seit 1884 eine Ausfuhr von Altertümern aus. Doch was sollte man mit tausenden Glasurziegelfragmenten, wenn man sie nicht zusammensetzte? Deshalb stimmte der Leiter der Osmanischen Altertümerverwaltung, Osman Hamdi Bey, der Ausfuhr schließlich zu und schrieb 1902 an den Generaldirektor der Königlichen Museen Berlin, Heute kann ich Ihnen mitteilen, dass die Leitung des Museums des Imperiums mit Eurer Exzellenz vereinbart hat, dass die zahlreichen, bei den Babylon-Grabungen entdeckten Fragmente emalierter Ziegel nach Berlin transportiert werden sollen, wo sie wissenschaftlich und künstlerisch zusammengesetzt und restauriert werden. 1903 wurden 399 Kisten mit Fragmenten nach Berlin transportiert. Im Gegenzug erhielt das heutige Archäologische Museum in Istanbul 13 rekonstruierte Tierreliefs, die dort noch immer ausgestellt sind. Nach damals geltendem Recht wurden alle Grabungsfunde aus Babylon legal nach Berlin ausgeführt. Dennoch sehen wir die Aufteilung der Funde heute differenzierter. Irak war zum Zeitpunkt der Fundteilungen 1903 und 1926 kein souveräner Staat, sondern stand unter der Kontrolle eines anderen Staates, zuerst des Osmanischen Reiches, dann des Britischen Empires. Walter André wurde 1928 schließlich zum Leiter der vorderasiatischen Abteilung ernannt. Er trieb den Nachbau des Ischda-Tores während der Bauarbeiten des Pergamon-Museums voran. Mit einigen Aquarellen hatte ich versucht, der geringen Vorstellungskraft der Museumsarchitekten perspektivisch und farbig nachzuhelfen. Auch dem geldbewilligenden Ministerium musste nachgeholfen werden, und zwar auf die allerverständlichste Weise – in Naturgröße. Dem Bauchrad Wille hatte meine Perspektive vom Ischda-Tor so sehr imponiert, dass er dasselbe in Naturgröße in Holz aufzimmern und mit Papier bespannen ließ, auf dem die Kulissenmaler der Staatsoper meine Stiere und Drachen naturgetreu und mit Schlagschatten aufmalen mussten. Es war eine Lust, das anzuschauen. Ich erhielt sofort beträchtliche Mittel und große Arbeitsräume zur Verfügung, ließ den tatkräftigen Bildhauer Willi Struck engagieren, der etwa 30 Gehilfen bekam und in zwei Jahren das gewaltige Werk, 72 Relieftiere, große Rosetten und Ornamentsstreifen versatzbereit machte. Dazu gewann ich drei Berliner keramische Werkstätten, die jede nach ihrer Art Versuche anstellte, die sechs babylonischen Schmelzfarben möglichst getreu nachzuahmen, was derjenigen von Frau Helene Körting weitaus am besten gelang. Aus den Erinnerungen Helene Körtings Man kann sich vorstellen, wie leidenschaftlich das Vorhaben von uns Töpfern begrüßt wurde. Dürften wir doch die echten Brocken als Studienmaterial in unsere Laboratorien mitschleppen, dem Zauber des geheimnisvollen Türkis und der Leuchtkraft des Kobaltblaus mit den Augen und Fingern bis in ihre Feinheiten nachspüren. Die Schwierigkeit bestand aber vor allem darin, dass die Leuchtkraft der alten Ziegel durch die zahlreichen Bruchfugen stark gedämpft ist. Man durfte also nicht die Leuchtkraft des einzelnen Bruchstücks, sondern musste die Wirkung des zusammengesetzten Ziegels zum Vorbild nehmen, ohne aber die Bruchfugen etwa im neuen Ziegel nachzuahmen. Mehr als 80 Prozent der Fassade des Ischta-Tores im Vorderasiatischen Museum bestehen aus solchen modernen Ziegeln, die Ende der 1920er Jahre in der Umgebung von Berlin hergestellt wurden. Archäologisches Forschungsinteresse, imperiale Ambitionen des Deutschen Kaiserreichs und die kreative Schaffenskraft der damaligen Ausgräber und modernen Kunsthandwerker wirkten so im Wiederaufbau des Ischta-Tores in Berlin zusammen. Das Monument ist damit selbst das Denkmal einer historischen Epoche, vom Kolonialismus bis zum Ende der Weimarer Republik. Das Monument ist mit der Weimarer Republik.